Happy Birthday to you! Herzlich einen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei WETTALK GAMBLE. Ich spiele heute Mech Arena, denn heute ist Montag. Und ich würde mal sagen, was spielen wir denn? Schauen wir mal. Okay, wir spielen Wettbewerb. Viel Spaß! Die erste Runde geht los. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ich brauche jetzt den Bewerb. Ich hätte den Schnee gehofft. Und in den Teil Schnee ge. Das war's für heute. So. Aber, schonmal. 4 kills. Ach nein. Ach, ich spiel so selten in letzter Zeit wieder. Ich müsste mehr spielen, um die wir ab. Es ist ja super ertig. Und ich bräuchte einen größeren Monitor. Das ist ja auch der Grund, warum ich so ein Spiel soll. Und ich brauche sie zu sehen. Ich brauche Halt. Ich brauche mich zu viel, was ich war. Ich brauche mich zufrieden. Ich brauche meine Aufmerksamkeit. Ich brauche mich zufrieden. Ich brauche mich zufrieden. ach nee, schade. naja, es war doch gut, 1.825 geld, was ja mein Mann ist. gut, das war die erste runde. die sah eigentlich mal nicht ganz so schlecht aus 5ks bei FFA ist zwar ein bisschen wenig, aber hat ja gereicht für den 2. platz also 2 spieler reingepalz gut, dann kann ich mal sagen, jetzt weiter in der nächsten runde, viel spaß. die nächste runde FFA geht los ich starte mit dem, wegen meiner eigenen Gefäße, dass ich halt das ist so schnell gewesen weil ich ja mit 5 epischen spieler spielen muss ne, spieler oh, ja oh, ja oh, ja oh, ja oh, ja oh, ja schade, schade schade, schade hat mich gejahnt Ach nööööö Die Runde werde ich glaube ich verlieren Schlechte Wahl Schlechte Wahl Na ja Das wisst ihr aber selber Na ja Na ja Den zweitmeisten Schaden gemacht Welchen Platz war ich? Die Runde Aber den zweitmeisten Schaden Gut Gleich weiter gehen Nächste Runde Spaß Okay Nächste Runde geht los Die Runde Nummer 3 Schauen wir was wir jetzt mal hier reißen können Okay Okay Woah Woah Na ja Schon mal ein Kill Wir fahren mit dem hier weiter Wichtigen Stelle wo ich hin wollte Okay 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 So ok haben wir auch keine munition mehr doch noch nicht mehr erster 2 egal knapp dran vorbei am ersten platz geschlittert dann würde ich mir sagen das war's für heute wertung an wird ja nichts mehr ändern gut dann war's das für heute und ich sage dir ich würde mich freuen wenn du mal nicht zu über sein viel spaß tschau 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 tschau